Also der Bundeskanzler ist in Sachen Führung ein Totalausfall, auch wenn er jetzt schon, glaube ich, zweimal die Richtlinienkompetenz gezogen hat. Die Richtlinienkompetenz existiert in dieser Form eigentlich nicht, weil man gegen den Willen eines Koalitionspartners als Kanzler nichts machen kann. Ja Ralf, in der ARD hat Habeck nach dem grünen Beben seinen Willen, Kanzler zu werden, nochmal bekräftigt. Die beiden Parteichefs Lang und Nouripour mussten gehen. Hat er die geopfert, um auch von eigenen Fehlern abzulenken? Ganz eindeutig ja. Die Abläufe waren so, dass es zunächst am Montag eine Schaltkonferenz des Realo-Flügels der Grünen gegeben hat. Da hat er sich zurückgehalten und das ging einigermaßen glimpflich ab. Da war auch von Rücktritt noch nicht die Rede. Und dann gab es ein persönliches Gespräch von ihm mit den beiden Kandidaten, wo er ihnen klargemacht hat, Leute, ich bin der Spitzenkandidat, ich brauche Beinfreiheit, ich mache jetzt hier. Und die haben sich kampflos ergeben, offensichtlich aus Einsicht. Man weiß es nicht genau. Er hat dann hinterher ihnen ein paar Krokodilstränen über das grausame und harte Politikgeschäft hinterher geweint. Also er hat sie selbst gemeuchelt. Aber es ist in der Tat so, dass er glaubt, es besser zu machen, was natürlich einigermaßen kurios ist, wenn man sich anguckte, wie tief das Heizungsgesetz von ihm verantwortet die Grünen in die Krise geritten hat. Die Familienaffäre im Wirtschaftsministerium war ein Riesenflop und also er hat die Gasumlage, erinnert sich schon keiner mehr. Das öffentliche Gedächtnis ist ja gnädig, aber im Prinzip ist er Teil des Problems und nicht die Lösung, hält sich aber dafür. Und das ist immer eine ganz gute Voraussetzung im politischen Geschäft, wenn man das Selbstbewusstsein jetzt nicht mit dem Teelöffel ausgeteilt bekommen hat, sondern eine richtige Kelle davon. Herr Halle, nach diesem Meuchelmord, wie Ralf es gerade beschrieben hat, ist denn jetzt der Weg frei für die Kanzlerschaft? Aber völlig. Also es gibt ja diesen Spruch von einer Bank, wir machen den Weg frei. Also jetzt ist der Weg einfach frei. Ich muss ehrlich sagen, das Schicksal der Grünen interessiert mich null. Mich interessiert das Schicksal derer, die Opfer der grünen Politik geworden sind. Und das sind ganz einfache, schlichte Menschen, die jeden Morgen treu zur Arbeit gehen, die noch nicht mal krank schreiben, sondern die aus Solidarität zu ihren oft kleinen Unternehmen, Handwerk, Mittelstand und so weiter, da schuften. Und ihnen wird die Existenz genommen. Wir gucken ja immer auf die großen Konzerne, dass die jetzt ins Wackeln geraten durch diese grüne Irrsinnspolitik. Zu der, und da können wir ja gleich nochmal drauf kommen, die Wirtschaft ja immer geschwiegen hat. Die Unternehmer haben das alles mitgemacht. Jetzt, wo es zu spät ist, werden sie wach. Aber was ich wirklich irre finde ist, wer hätte von uns, lieber Ralf Schuler, wir sind ja alte Schlachträusser und Sie auch in diesem Geschäft, wir drei. Jäger ahnt noch vor einem halben Jahr, dass die jungen Wähler, die jungen, die Grünen kaputt machen. Das hätte doch Babelsberg nicht besser inszenieren können. Die stürzen doch alle jetzt von ihren hohen Rössern und man muss gar nichts mehr tun. Die erledigen sich von selbst. Die großen Unternehmen haben sich in den letzten Monaten um Queer, um Regenbogen und um Gender gekümmert. Mit großen Aktionen. Und haben ihre Firmen den Bach runtergehen lassen. Das ist die Wahrheit. Und die Opfer sind die Mitarbeiter. Die Unternehmer, die Manager gehen doch mit dem goldenen Handschlag weg. Und deswegen kann ich nur sagen, ich habe vor diesen Unternehmern, denen habe ich kein Mitleid. Zum Schluss hat ja sogar noch Trigema und Wirt, diese urdeutschen Firmen, haben doch mitgemacht diesen Quatsch. Nur um das Eigentliche haben sie sich nicht gekümmert, diese Regierung zu stoppen. Und die Wirtschaft hätte die Macht gehabt, diese Regierung zu stoppen. Jetzt muss ich doch mal Habeck verteidigen. Also diese Pauschalkritik gegen Habeck. Er tut das, was er kann. Märchen erzählen. Ja. Nur 27. September 2024. Hane verteidigt Habeck. Das ist gleich mal. Memo, Memo, Memo an alle. Er erzählt doch Märchen. Also Entschuldigung. Das ist doch Wahnsinn. Ich muss doch als Wirtschaftsjournalist, aber auch als Unternehmer durchschauen, wenn das Schönrednerei ist, die die Leute einlullen sollen. Und dann kommt eine Presseerklärung oder was auch. Und dann muss so ein Herrenknecht. Das ist ja auch in der Sprache ein toller Typ. Der muss doch auftreten und muss sagen, Herr Minister, was Sie da machen? Sie verarschen uns. Sie kuschen alle. Schula war doch dabei. Sie reisen mit dem ganzen Tross und essen vom Tellerchen der Kanzlerin und des Wirtschaftsministers. Das waren früher die Methoden, als es uns gut ging. Die Reise mit Kohle habe ich ja auch erlebt. Aber heute, wo wir lawinenartig abstürzen, ist doch dieser Spaß vorbei. Die Grünen, wenn sie etwas machen, machen sie manches auch richtig, zumindest was die Machtsicherung betrifft. Und Robert Habeck hat gerade sein Ministerium so grundlegend von Beamten anderer politischer Schattierungen gesäubert. Übrigens auch Cem Özdemir, dass dort die Expertise schlichtweg nicht mehr da ist. Diese Expertise hat er sich komplett weggeschnitten und sich nur mit Parteifreunden und deren Familienmitgliedern ersetzt. Und dann muss man sich nicht wundern, wenn man sich die Staatssekretäre anguckt, es sind alles entweder grünen Lobbyisten oder aber enge Vertraute aus der Vorzeit. Dann hätte ich denen wenigstens einen Volkshochschulkurs Betriebswirtschaft oder Volkswirtschaft verordnet. Aber leider greifen da verschiedene Sachen ineinander. Also du hast selbst keine Expertise und beraubst dich auch noch derjenigen, die du haben könntest. Also wenn alles an die Wand gefahren wird und wenn ich auf mein Ministerium nicht höre, weil ich es, wie du beschreibst, gesäubert habe mit Menschen, die vielleicht auch nicht richtige Ideen haben, gibt es ja immer noch eine Instanz, die heißt Bundeskanzler. Gibt es eigentlich nicht den Weg, dass Olaf Scholz das auch alles sieht und sagt, lieber Robert Habeck, wir müssen was tun, so geht es nicht weiter? Ich sehe, du bist auch zum Scherzen aufgelegt. Ja, ich versuche. Es gibt den Bundeskanzler. Ja, der Bundeskanzler versucht zu moderieren. Der hat tatsächlich, und das hat er auch mehrfach so schon ausdrücklich gesagt, er hat sehr viel von Angela Merkel gelernt und versucht, die unterschiedlichen widerstreitenden Interessen einfach so wegzumoderieren. Also er versucht gleichzeitig, den Friedenskanzler in der Ukraine zu geben und Waffen zu liefern, aber nicht alle und wundert sich dann, dass er irgendwie als nichts von beiden wahrgenommen wird. Und ein ähnliches Phänomen haben wir eben auch in der Sozialpolitik beispielsweise, wo Hubertus Heil die Themen setzt und die Kosten für das Sozialsystem immer weiter hoch treibt. Also der Bundeskanzler ist in Sachen Führung ein Totalausfall, auch wenn er jetzt schon, glaube ich, zweimal die Richtlinienkompetenz gezogen hat. Die Richtlinienkompetenz existiert in dieser Form eigentlich nicht, weil man gegen den Willen eines Koalitionspartners als Kanzler nichts machen kann. Also in der Regel besteht die Macht des Kanzlers darin, hinter den Kulissen mit den einzelnen Akteuren zu sprechen und die Dinge so anzubahnen, dass sie in die Richtung laufen, wie er sich das vorstellt. Man kann auch in gewissen Grenzen versuchen, das Personal so auszutauschen, dass eben auch in den Abteilungen des Kanzleramts die Politik gemacht wird, die eigentlich in den Ministerien gemacht wird. Man zieht dann die Abteilungen rüber und entkernt sozusagen die Ministerien. Das ist aber eine komplizierte Machttechnik. All das findet bei Olaf Scholz nicht statt und er hat noch nicht mal leider eine Statur, sodass man ihm sozusagen psychologisch zutraut, da bestimmte Dinge zu lenken. Wie viel Toleranz verträgt ein Volk? Das heißt, wie viel kann ich den Leuten zumuten, damit sie nicht verzweifeln oder rebellieren oder Protest wählen? Und wenn man den Satz nur nimmt, dann gäbe es diese Klimaideologie, die Corona-Ideologie und jetzt diese ganze Wirtschaftsmisere nicht, wenn man gesagt hätte, wir können den Leuten nicht mehr zumuten. Aber was machen die Politiker? Ihr versteht uns nicht. Wir müssen die Kommunikation ändern. Ja, Entschuldigung, sag ich mal platt, ein Stück Scheiße kann man kommentieren, wie man will. Es bleibt doch das, was es ist. Ja, Entschuldigung, sag ich mal platt, ein Stück Scheiße kann man kommentieren, wie man will. Ja, Entschuldigung, sag ich mal. Ja, Entschuldigung, sag ich mal. Ja, Entschuldigung, sag ich mal. Ja, Entschuldigung, sag ich mal.